Einen wunderschönen guten Morgen Suchmaschinen. Wir nutzen sie alle, wir nutzen sie täglich und wir bezahlen sie gewöhnlich mit Tracking und mit Werbung. DuckDuckGo macht das nutzerfreundlicher als Google, viel nutzerfreundlicher, aber konzeptionell nicht komplett anders. Eine tatsächlich in Kreditkarten Cash bezahlte Suchmaschine, die starb mit Niva erst in diesem Sommer. Es bleibt jedoch Kagi. Kagi.com